Eigentlich hätte sich Timo Bernitz am Mittwochabend freuen müssen. Trotz eines Sutzgerangels qualifizierte sich der 26-Jährige über die Zeitregel für das Finale der 1500 Meter am Freitag. Freude kann beim Deutschen dennoch keine auf, stattdessen zeigte sich der Leichtathlet Sauer auf Titelverteidiger Philipp Ingebrigtsin. Der Norweger kam in seinem Lauf zu Fall, hatte aber kein Problem damit, seinen 60-Meter-Rückstand locker aufzuholen und anschließend sogar noch an Bernitz vorbeizuziehen. Gedanken an Doping Das ist schon krass, wie der da vorbeigezogen ist.Das sehe ich als Leistungssportler, der auch jeden Tag trainiert. Kritisch, äußerte der Deutsche im Interview mit der ARD seine Zweifel. Einen konkreten Doping-Vorwurf wollte Bernitz nicht aussprechen. Sich richtig darüber aufzuregen, würde zu lange dauern. . .